Die Gesamtanatomie und auch die Physiologie einer Schlange sind tatsächlich darauf ausgerichtet, große Beutetiere zu verschlingen und zu verdauen. Die Beute wird von verschiedenen Arten auf eine unterschiedliche Art und Weise überwältigt. Die einen benutzen Gift, die anderen erdrücken ihre Beute. Und wieder andere verschlingen sie ganz einfach Leben. Der Schlangenschädel ist extrem beweglich und besteht aus vielen kleinen Knochen, die über Knorpel, Sehnen und Bänder miteinander verbunden sind. Das Gehirn befindet sich gut geschützt in einer Knochenkapsel. Der gesamte Kieferapparat ist stark beweglich. Eine Schlange kann ihre einzelnen Kieferknochen unabhängig voneinander bewegen. Die beiden Unterkiefer sind nicht miteinander verwachsen, wie es bei anderen Dieren der Fall ist. Dadurch können sich auch die Unterkiefer unabhängig voneinander bewegen. Die Unterkiefer sind elastisch miteinander verbunden. Die Verbindung zum Oberkiefer ist ebenfalls sehr locker, wodurch eine Schlange ihr Maul extrem weit aufmachen kann. Das Gebiss einer Schlange dient, abgesehen von den Giftsähnen bei manchen Arten einzig und allein dazu, die Beute festzuhalten und sie Stück für Stück in die Speiseröhre zu befördern. Die Zähne der Schlangen sind wie Widerhaken nach hinten gerichtet. Was eine Schlange einmal ergriffen hat, das lässt sie nie wieder los. Die Beute wird im Ganzen verschlungen. Die Verdauung beginnt schon in der Speiseröhre. Im Magen der Schlange herrscht ein pH-Wert von 1. Die starken Enzyme und die Säure erledigen dann den Rest. Damit die Schlange ein so großes Futterstück in einem Maul verdauen kann, findet eine anatomische und physiologische Adaption statt. Während die Schlange ihre Beute verdaut, verdoppeln Organe wie etwa die Leber, die Nieren oder das Herz ihre Größe. Auch der Darm nimmt stark an Größe zu. Die Enterozyten im Darm, also die Zellen, die für die Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung zuständig sind, nehmen ebenfalls stark an Größe zu. Die Schleimhäute werden dicker und produzieren mehr Schleim- und Verdauungsenzyme. Auch die Stoffwechselrate der Schlange erhöht sich im Laufe der Verdauung. Nachdem die Verdauung vollendet ist, scheidet die Schlange die Reste aus. Die Größe der Organe nimmt ab und der Stoffwechsel schaltet wieder auf Sparflamme. Eine solche Veränderung der Organe findet man bei vielen Tieren, welche abwechselnd große Mengen an Nahrung zu sich nehmen und anschließend wieder für sehr lange Zeit fasten. Eine Schlange kann unglaublich lange ohne Nahrung auskommen. Eine Riesenschlange wie zum Beispiel ein Netzbyton überlebt locker ein Jahr lang ohne Nahrung. Selbst kleinere Schlangen halten für mehrere Monate durch, bevor sie beginnen stark abzunehmen und allmählich zu verhungern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut euch gerne auch noch dieses Video an. Das könnte euch auch interessieren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!